So, da, Halli, hallo, da sind wir wieder zurück zu Legoland, genau. Ich mach weiter so, mach ich. Äh, ich hab sogar Kohle, ne? Oh ja, kann ich hier eine Bank bauen? Genau das, was ich wollte, schon immer, eine Bank bauen. Hier hin. Und hier so ein paar Büschchen drin rum. So, kann ich jetzt schon Burg, ah, Burg Katapult, das kommt... ...wollte ich sagen, äh, ganz oben hin. Müssen die Leute halt ein bisschen laufen. Aber sie sollen sich im Park gut verteilen. Haben wir sonst noch was? Dann... Kaktus haben wir... Oh ja, Primmelbeet. Uh, schön, das ist schön. Primmeln sind schön. So, bis da nach oben hin. Und bis da nach oben hin. Und dann können wir hier weiter hin. Super. Ich mach weiter so. Genau. Okay, weiter gibt's. Hier ich baue, den ich baue, den Leuten fette Wege. Das ist das, was ihr wollt, ne? Wege. Oh ja. Denk dir, den, 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 so. Fette Wege, das ist das genau so, was ich bin. Ja. Ein Restaurant. Ich baue hier noch ein Restaurant. Weil, äh, da geben die Leute Geld drin aus. Da oben kommt der Planwagen hin. Können schrumm? Ah doch. Ein paar exotische Gewächse. Mhm. Wieso hast du die Pflanze hier drin? Dann schnappen wir uns einfach so einen Typen. Oh, oi. Der kann jetzt hier drin pflanzen. Während ich nicht genügend Geld für eine Inka-Tempelrutsche habe. Leute, kommt in meinen Park. Leute, kommt in den Park und gibt da Geld aus. Nein, natürlich. Ach so, ich habe gar nichts dazu bekommen, oder? Ha, geil. Ich muss die Inka-Tempelrutsche bauen. Los, lasst mich die Leute, kommt in meinen Park und gibt Geld da aus. Mehrheitswege kann ich euch leider nicht bauen. Aber ich baue ich Wege, wenn ihr wollt. Ich baue hier außenrum. Hier bauen wir Wege so. Damit die Leute hier fett zur Drachendingsbums kommen. Ne? Das ist nämlich wichtig, dass sie zu Drachendingsbums kommen. Doch, kann ich. Das war bereits die fünfte Attraktion. Das war bereits die fünfte Attraktion. Das war bereits die fünfte Attraktion. So, und jetzt gehen wir hier runter. Und bauen Wege. Oh, ich habe genügend Geld dafür. Das ist cool. Das ist sehr gut. Das geben wir schnell für aus. Bevor das Geld wieder weg ist. Inka-Tempelrutsche. Oh, dieser riesig. Bist du fertig? Ne. Junge. Ja. Bitteschön. Pflanz. Das war's. Das war's. Das war's. Du kannst hier jetzt wieder raus. Dankeschön. Ich baue die Safari-Bahn. Sarah-Fa-Sara-Faribahn. Sarah-Fina. Nicht die Mama. Ne, Moment. Das war was anderes. Die Hälfte steht. Legoland. Ein... Oh, Eisstand. Das will ich bauen. Ich will einen Eisstand bauen. Ich baue aber auch gleich zwei Eisstände. Weil... Da geben die Leute Geld für aus. Hier, ich baue überall Eisstände hin. Leute, gebt Geld für Eis aus. Eis ist wichtig. Wenn's heiß ist, müsst ihr euch abkühlen. Also, kauft Eis. Kauft Eis. Eis ist wichtig. Ah, ja, hier, so. Oh nein. Oh nein. Zu wenig Geld. Ich brauche Kohle. Ich brauche Kohle jeden Tag. Brauche Kohle, so wie D-Mark. Brauche Kohle, sonst geht mir schlecht. Brauche Kohle, sonst zieh ich ein Rieser zu raus. Oder so ähnlich ging das doch. Kennt von euch wahrscheinlich niemand mehr. Mal aus den frühen Zeiten des Internets. Nichts, die Seite. Bambusrad.de Ich weiß gar nicht, ob das die Seite noch gibt. Oh ja. Ich weiß gar nicht, ob es die Seite noch gibt. Bambusrad.de Das war früher damals. Das war das frühere Reddit. Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Das ist Fortschaden. Was ist das? Das ist Seeräuberboot. Oh, damit muss ich mir Mühe geben. Damit muss ich mir Mühe geben. Weil sonst kommt der Kerl und dann habe ich ein Problem. Leute, gibt mir mehr Geld aus. Ich bin Null. Null ist pleite. Null ist nicht gut. Null ist nicht gut. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es hat bis 70. Das könnte ich mir über eine Wasserstrecke leisten. Ja, danke. Ich mache meine Sache zum Glück nicht schlecht. Ja. Aha. Okay. Verstanden. Ja, danke. Okay. Danke. Nur, dass ich jetzt kein Geld habe. Sonst hätte ich es schon geschafft. Das braucht Geld. Schon wieder hast du eine Attraktion gefunden. Bau einen Eisstand. Mhm. Oh, hier Wilder Westen haben wir neue Pflanzen. Pflanzen nicht. Nee, ich pflanze keine Pflanzen. Ich pflanze hier nichts. Selbst bei euch den Seeräuberboot zu verleihen. Bau den Eingang zu Seeräuber. Damit ich... Ja. Die baue ich hier hinten dran. Damit wir hier durchkommen. So. Dann gehen wir bis hinten durch. Genau. So. Weil die Leute wollen sich bewegen. Und dann... Ich könnte noch ein paar Eisstände bauen, aber ich will den... Ja, ich könnte den Eingang aber Pulsverleih bauen. Aber mit dem muss ich mir Mühe geben. Ich gebe mir Mühe. Das machst du wirklich gut. Schon wieder hast du eine Attraktion. Ja, danke. So, so und... Zack. Haben nicht viel Geld. Oh Gott. So viele kleine Blumen. Achso, das sind die normalen kleinen Blumen. Ja, da gehe ich bis... Moment. Moment. Das machen wir nicht. So. Das machen wir so. Genau, das machen wir. So, zweimal. Und hier auch. Hier geht nicht zweimal. Hier geht nur einmal. Das ist schade. Ne, das passt nicht hin. Doch, passt hin. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann kann ich hier noch den einen oder anderen Eisstand hinbauen. Damit die Leute Geld ausgeben. Ja. Oh, danke Professor. Das ist aber lieb von dir. Okay, ich brauche hier dieses Gebüsch. Ein, was für ein Busch? Stiefelhügelbusch. Mach ich. Alles klar. Stiefelhügelbusch. Okay. Jetzt geht mir wieder das Geld aus. 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 Okay. Okay, okay. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ja, ja, schon klar. Ich baue doch gerade den Stiefelhügelbusch. Aber dann haben wir hier alles... Oh, ein Drachengrillhaus. Darum können wir bauen. Scheiße. Das geht dir das Geld aus. Versuch mal etwas mehr Einzelne. Ja, das ist mehr. Wie soll ich das denn versuchen tun? Jot. Das fehlt Geld, um etwas zu pflanzen. Ja, ein Drachendrillrestaurant. Ja, ein Drachengrillrestaurant. Den Mechanikern fehlt Geld. Oh, jetzt auch schon verstanden. Oh, ein Drachendrillrestaurant. Oh, ein Drachendrillrestaurant. Oh, ein Drachendrillrestaurant. Die Musik von dem Liebesgaden. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D damann forter führwind So, da haben sie gute Arbeit geleistet, würde ich sagen. Den Mechaniken viel Geld. Tut mir leid. Aber es muss alles repariert werden. Geil. Okay. Na, das ist sofort einfach wieder weg. Okay. Miniland Australien. Mhm. Das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Die, die. Die, wie, ding, die, die. Okay, dann fehlt denen halt Geld. Also, ich würde sagen, ich beende jetzt hier mal die Folge und lasse einfach ein bisschen Geld sammeln. Wenn ich dann Geld habe, dann sehen wir uns wieder. Bis in der nächsten Folge. Tschüss mit dir und ciao. Oh, my. Ich bin da. Vielen Dank.